So Leute, da sind wir beim weiteren Video. Wir spielen Standard Arena und ihr seht es oben immer noch in der Ecke, Hashtag Werbung, weil dieser Account wurde mir von Wizards of the Coast bereitgestellt in einem Event, zu dem ich eingeladen wurde. Und ihr seht schon, ich habe eine Menge Gems, ich habe eine Menge Coins, Treasures, was nicht alles. Und ja, in diesem Rahmen spiele ich eine Menge Decks und deswegen kommen auch aktuell so viele Arena-Videos. Ich hoffe, die Leute, die abonnieren mich nicht, weil ich so schlecht Arena spiele. Ignoriert das dann einfach bitte, danke. So, wir gucken Mono Grün mal an, also Mono Grün Ranger. Wir spielen hier mit der Ranger-Class. Zwei Mana, wenn ihr das Spiel bekommt, kriegen wir einen Wolf. Für zwei Mana kriegen immer, wenn ein Angreifender Kreatur, also wenn ein Kreatur angreift, kriegen wir irgendwo eine Plus-1-1-Marke drauf. Und für vier können wir die oberste Karte unseres Decks angucken, wann immer wir möchten. Wenn es eine Kreaturenkarte ist, können wir sie spielen. Ansonsten spielen wir Kreatur, Kreatur, Kreatur. Der ist auch neu mit zwei Mana drei, drei, was sehr, sehr stark ist. Und wenn er angreift und seine Stärke sechs oder mehr ist, dann dürfen wir eine Karte ziehen. Und für vier Mana wird er zu fünf, drei. Dazu natürlich Lovestruck Beast, Grove, Gem Razor, Questing Beast, zwei Great Henge, Snow-Covered Forest und Faceless Haven. Das könnte man auch cutten und einfach nur Forest spielen. Gucken wir uns das Deck mal im Spiel an. Da haben wir unseren Gegner. Die 79. Der Name sagt mir was. Der Name sagt mir was. So, wir haben Scavenging Ooze, Lovestruck Beast. Also eins, zwei, drei, vier. Gip! Das sieht nicht so aus, als würden wir ein neues Deck spielen. Ist ein bisschen doof. Tatsächlich haben wir auch schon ein paar Leute, die Anschluss bekommen haben dafür, dass sie dasselbe Deck gespielt haben. Und ich hoffe, dass das hier okay ist. Ein bisschen den Drachen ärgern, ein bisschen den Beholder ärgern. Wow, jetzt schon der Beholder. Nice. Oh, Warlock, klasse. Okay. Interessant. Gehen wir mal hauen. Gucken wir uns das mal an. Mit Mounten dieses Mal. Also auch wieder Grixisfarben. Oh, Eruption. Okay. 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 Dann für drei Mana den. Mal gucken, wie lange der eingreifen kann. Für vier Mana gleich Questing Beast. Plus dann haben wir halt wirklich Scavenging Ooze, um ein bisschen was rauszufuttern, was ganz nett ist. Aber Monogreen, Stompy ist, glaube ich, auch nicht so das gefragteste Deck, aber muss ja keiner wissen. Und deshalb, ja, dachte ich mir schon, meh, unser Lovestruck Beast kann nicht angreifen. Aber blocken. Aber blocken. Angreifen kann das Questing Beast, was mir persönlich tatsächlich reicht. Weil irgendwie mit Angreifen ist wichtig und Scavenging Ooze kann auf jeden Fall den anderen Scavenging Ooze bisher fressen. Bei Eruption Friedhof lohnt sich, glaube ich, aktuell nichts wirklich zu fressen. Vielleicht zerstört er noch das Questing Beast oder auch das Lovestruck Beast. So viele Beasts. So viele Beasts. Und ja, ich habe extra mal, weil ich ja sonst nicht so der Typ bin, der so Skins und so weiter benutzt, weil, ja, wenn ich so Arena spiele, dann tatsächlich einfach nur Free-to-Play. Habe ich mal alle Skins reingeknallt, die dieses Deck hier zur Verfügung hat. Was eine Menge Skins sind, tatsächlich. Was wirklich eine Menge Skins sind. Und, ja, mal gucken. Unser Gegner überlegt hier. Zwei rote. Magnus Opus. Okay. Ein schwarzes, farbloses Level-up. Hm, okay. Drei Karten. Eine davon geht in die Hand und die andere in den Friedhof. Ich bin gespannt, was er in den Friedhof legt. Ich hoffe, eine Kreatur. Ich hoffe, Kreaturen. Yes, Kreaturen. Und er ist auch getappt. Nein, er hat noch zwei Treasures. Hm, er könnte mir nur zwei Treasures jetzt noch was machen. Oder er gibt einfach ab. Ich mache Scavening Goose und futter mich durch seinen Friedhof. Was auch fair wäre. Aber so oder so würde ich ganz gerne reinkommen. Ich kann es ihm jetzt nicht verübeln. Mein Deck ist sehr stumpf, was das angeht. Klar. Hat auch, wie gesagt, nicht so viele neue Karten tatsächlich drin. Ja. Scavening Goose. Und dann gehen wir mal hauen. Dann gucken wir, was unser Gegner macht. Im Notfall können wir Scavenging usen. Aber das sieht schon sehr, sehr mächtig aus, was hier passiert. Okay, wir können... Was ist wirklich ein, Terr Attacker. Das gehört Schlecht nicht noch. Aber das kann man nicht alleine nicht wirklich machen. Olha mal eins. Was ist alles gut, was hier passiert nicht nur was? Und dann gehen wir mal wieder weg. Und dann gucken wir mal wieder zurück. Und dann gehen wir mal wieder zurück. Und dann gehen wir und dann gehen mal auf die Zukunft. Und dann sind wir mal wieder raus. Und dann wenn wir also Spaß machen, Und dann können democrats auch bei uns revealed. Und dann wissen wir halt auch direkt. Und dann immersive ajuda die Kommunikativone. Dementsprechend ist das hier gar nicht mal so verkehrt, weil ich hier wirklich jetzt mal zeigen kann, was Rangers Class alles kann, sofern sie liegen bleibt, sofern sie durchkommt. Sofern irgendwas hier richtig läuft. Das weiß man natürlich nie. Dieser One-Drop Bluffstruckbeast, das ist so stark. Rot wird gesucht, okay. Rot-Schwarz, Magda, okay. Ja, gucken wir uns mal an. Wir haben hier auf jeden Fall erstmal einen kleinen Wolf. Keine Angriffe. Und wenn Magda angreift, werde ich auf jeden Fall meinen Human dagegen tauschen, weil wir können auch anders noch an die 1-2 kommen. Oder tausche ich meinen Human? Ich tausche meinen Human, yes. Weil ich habe jetzt erstmal noch den Grove, den ich spielen möchte, den anderen Troll. Ich möchte eigentlich Rangers Plus machen. Und, okay, das ist, äh, dann mache ich einfach mal Rangers Plus und mache mal den Shambler, weil auch der das Laufstruckbeast anmacht. Und wir so ordentlich reinhauen können. Er wird jetzt ja hier auf jeden Fall blocken. Er könnte jetzt den Shambler töten. Und das ist ja etwas, was ich ihm tatsächlich anbiete. Ähm, weil, äh, nee, kann ich abwanden, um noch, äh, da kannst du den Treasure zu bekommen. Oh, noch einen Treasure zu bekommen, okay. Weil, ähm, ich will nämlich, dass er nicht so viele Treasure bekommt. Leider bekommt er gerade eine Menge Treasure, was echt ein Problem ist. Aber, äh, ja gut, das Deck ist darauf ausgelegt, Treasures zu machen. Das rote-schwarze. Diese Flavortexte. Sie, umso mehr ich sie mir anschaue, umso mehr muss ich sagen, stören sie mich auf den Ländern. Oder? Einfach nur, weil, ja, ich denke, jedes Mal in den Ländern im Text. Wow, was ist das? Ähm, each creature has got minus x, minus x, under turn, you lose, x live, okay. Das ist fair. Mache ich vier Questing-Beast-Beat? Oder mache ich einfach Us-Us? Ich glaube, ich mache einfach Us-Us. Mache ich Us-Us oder mache ich nur ein Us? Boah, ich glaube, ein Us reicht. Ein Us reicht. Ich, ich sage mal, ein Us reicht. Im Notfall mache ich mir noch ein paar Leben und mache den noch ein bisschen größer und so weiter. Und er greift an, okay. Das ist nett. Das ist wirklich nett. Alleine, weil, okay. Wenn wir damit dann halt, äh, was machen können, wir nehmen hier den mal raus. Wir nehmen das da mal raus. Und wir haben immer noch nur vier Mana. Wir können den auf jeden Fall nehmen. Und wir können mit allen angreifen und können unser Questing-Beast ein bisschen pushen. Weil Questing-Beat hat einfach Wachsamkeit. Death-Tat-Live-Link, was super, super nice ist. Er kriegt hier wieder ein Treasure. Das ist nicht so nice. Minus 1, Minus 1 wird er nicht machen. Aber er hat nur noch drei Handkarten. Und bei dem Deck ist es tatsächlich so, dass Handkarten wirklich der Key sind. Und die nehmen wir ihm gerade so ein Stück weit raus. Was ganz nice ist. So, dann aktiviere ich noch das Goose. Äh, unseren Grave-Jard, den da. Dann aktiviere ich noch das Goose. Und nehme ihm noch das da weg. Für Maximum Power 12 Damage ins Gesicht. Das ist die Power von Rangers Class. Das ist wirklich, wirklich stark. Und so ein Start, das ist so gut. Deshalb gucken wir uns das Deck nochmal an. Wir haben halt wirklich ein Mono-Grünes-Agro-Deck. Was zugegebenermaßen relativ viel auch wieder hier rausrotiert. Nachdem jetzt Standard demnächst, also was heißt demnächst, in drei Monaten rotiert. Jetzt für diese Meta ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Budget-Deck. Das meiste davon kriegt ihr noch rumliegend. Cray-Change ist ein bisschen teurer. Questing-Biest auch. Alle anderen Karten davon sind nicht teuer. Oder ihr kriegt sie einfach in diesem grünen Deck, was einfach nice ist. Und deshalb kommt man da ziemlich easy ran. Deshalb testet das Deck, wenn ihr wollt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020